Hallo liebe Bürgerinnen und Bürger, ich bin Kandidat von der Liste Gemeinsame Zukunft Neues, GZN. Mein Name ist Josip Judisic, ich bin 47 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Kinder. Ich kandidiere, weil mein Wunsch ist, wünsche alle Neusser Bürgerinnen und Bürger zu hören und zu beachten. Vor allem die Toleranz und Verständnis füreinander und miteinander. Ich bin der Ansicht, dass ich die Arbeit durch GZN, durch meine langjährige Erfahrung in der Kommunikation, meine positive Lebenseinstellung und meine Zielstrebigkeit unterstützen kann.